Opportunitätskosten bei der Geldanlage, tägliche Schwankungen versus langfristige Lebensziele. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie zu einer vereinfachten kleinen Finanzplanung begrüßen. Wir blicken zunächst auf einen Anleger, der sich vorstellt in 15 Jahren in den Ruhestand zu gehen, also im Jahr 2035. Ich habe ihn das hier entsprechend mal dargestellt. Er möchte ein Nettoeinkommen in Höhe von 2000 Euro haben. Um das Ganze nicht zu verkomplizieren, habe ich die Inflation außen vor gelassen. Wie gesagt, er soll nur ein Berechnungsschemata darstellen. Dann bekommt er entsprechend seine Zahlungen hier geleistet. Es fallen etwas Steuern an, die gesetzliche Krankenversicherung. Ihm verbleiben Nettoeinnahmen von 1500 Euro. Das heißt, zu seinem Ziel von 2000 Euro fehlen 500 Euro pro Monat. Glücklicherweise hat unser Anleger 120.000 Euro Kapital angespart. Und wenn wir nun eben von diesen 120.000 Euro jeden Monat etwas Geld wegnehmen, dann ist er ungefähr mit 88, hat er sein Kapital verbraucht. Sie sehen, er hat dann also eine Lücke. Das würde man als Langlebigkeitsrisiko bezeichnen, wenn er eben länger lebt, als sein Kapital ausreicht. Der Anleger hat heute schon diese 120.000 Euro angespart. Das heißt, ich habe unterstellt, er hat das Geld im Jahr 2020 auf dem Konto, kann sich aufgrund der Nachrichtenlage über die Wahlen in den USA rund um den Brexit, die anderen Gefahren, die Staatsverschuldungskrise, die Situation in China und vielen anderen Themen eben nicht dazu durchringen, in eine Kapitalanlage einzusteigen. Das heißt, er hat die Thematik, dass 120.000 Euro heute auch in 15 Jahren 120.000 Euro sind. Wenn wir das Ganze nun etwas verändern und unterstellen, er würde es schaffen, wie Sie es hier dargestellt sehen, eine Anlagestrategie zu finden, die einen theoretischen Zins von 4% abbringen würde, dann wäre Abgeltung steuerfällig, der Nettozins also 3% und Sie sehen schon, das Kapital zum Ruhestand würde dann ansteigen auf 184.600. Soweit ganz klassische Finanzmathematik, typische Zinseszinsrechnung. Wir sehen es jetzt hier im veränderten Status dargestellt, dementsprechend die Ziele sind gleich geblieben. Wir haben nun ein höheres Kapital, eben diese 185.000 Euro und Sie sehen schon auch jetzt, wir entnehmen monatlich die 500 Euro, die wir brauchen und über seine Lebenserwartung, so wie es die Deutsche Aktuars Vereinigung annimmt, kann er dieses Kapital nicht verbrauchen. Das heißt, am Ende des Tages würde ein Restbetrag an die Erben eben entsprechend ausgezahlt werden oder man könnte es dann spenden an guten Zweck oder was auch immer. Interessant ist aber dementsprechend nochmal die zusammengefasste Betrachtung. Und zwar haben wir ja den Fall, wir haben 65.000 Euro mehr rechnerisches Endkapital in 15 Jahren. Hintergrund ist der, dass wir ja einen Zins jetzt hinterlegt haben von 4% vor, respektive 3% nachsteuern. Von diesen 65.000 Euro braucht er 22.000 Euro, um seine ursprüngliche Lücke zur Deckung des bestehenden Langlebigkeitsrisikos zu schließen. Das ist genau, was Sie hier eben hier hinten in gelb sehen. Das ist eben das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Also das könnte er damit schließen an Lücke. Und dann hätte er noch 43.000 Euro übrig, eben die Differenz zwischen 65.000 und 22.000. Also 43.000 Euro mehr Kapital und wiederum fiktiv würde man unterstellen, dass unser Rudi Ruhestand, so habe ich ihn hier genannt, 20.000 Euro pro Jahr bräuchte, was er vorher in den Ruhestand geht. Also er beendet seine Arbeit, bekommt keine Rente, nutzt bestehendes Kapital, um die Einkommensdifferenz auszugleichen. Dann könnte er seine Arbeit um zwei Jahre früher niederlegen, könnte den Vorruhestand genießen, bevor dann die gesetzliche Rente beginnt. Was will ich Ihnen damit sagen? Wenn Sie über lange Zeiträume denken, dann sorgen Renditedifferenzen für einen enormen Unterschied beim Kapital. Dieses Kapital sorgt eben dafür, dass verschiedene Optionen bestehen und wie in allen Sachverhalten des Lebens, ob es um Ernährung, Sport, Fortbildung und ähnliches geht, ist es immer ein Trade-off zwischen Schmerz zum Zeitpunkt und Vergütung über den Zeitraum. Und das an der Kapitalmarktfront natürlich umso wichtiger, wo wir ein Szenario haben, wo die Zinsen wahrscheinlich auf absehbare Zeit bei Null bleiben, respektive Nachinflation sogar im negativen Bereich tendieren. Das heißt, diese 4% Renditeerwartung, die ich jetzt hier bewusst herausgegriffen habe, die gehen natürlich mit gewissen Schmerzen einher. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Für eine solche Anlagestrategie, die jetzt hier beispielsweise besteht, aus 70% Aktien, die Hälfte investiert in europäischen Aktien, die Hälfte in globalen Aktien. Wir haben 10% Gold, 20% haben wir in Geldmarkt investiert. Dann sehen Sie schon hier die Renditeerwartung für verschiedene Kalenderjahre. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Durchschnitt, sondern es ist mal eine starke Bewegung nach unten. Dann haben Sie im Endeffekt auch mal eine starke Bewegung nach oben, dann mal eine starke Bewegung nach unten. Und von daher, das Erwartungsmanagement ist eben sehr wichtig, der hier nochmal anders dargestellt. Wenn Sie verschiedene Zeiträume betrachten, sind über 10 Jahre tolle Renditen nach der Finanzkrise dieses Portfolio im Schnitt 7% verdient. Wenn Sie auf 20 Jahre schauen, da hat mir das Thema natürlich Tech-Bubble und so noch mit drin, dann die Rendite nur 3,5%. Und vor allem darum geht es. Im schlimmsten Fall hat ein so ein Portfolio, wenn wir einen Zeitraum betrachten, seit 1970 im schlimmsten Jahr mal 30% verloren. Das war von April 2002 bis März 2003. Im besten Fall hat es eben in einem Top-Jahr mal gemacht, von August 96 bis Juli 97 plus 46% in einem Jahr. Aber Sie sehen eben schon hier, diese Durchschnitt, die man oft annimmt, werden eben nicht erreicht. Das heißt, im Umkehrschluss muss man sich für diesen Fall überlegen, welchen Schmerz bin ich zum Zeitpunkt oder zu verschiedenen Zeitpunkten von Kapitalmarktkrisen bereit in Kauf zu nehmen, um rechnerisch die Chance zu haben, meinen Kapitalwert in der Zukunft zu erhöhen. Diese Erhöhung bringt mir gewisse Optionen. Diese Optionen sind eben nicht nur theoretisches Kapital, sondern sie ermöglichen es mir, meine Lebensplanung entsprechend anzupassen, so wie ich das in diesem Beispiel gezeigt habe. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur wünschen, dass Sie sich mal mit dem Thema Zinseszins auseinandersetzen, mit dem exponentiellen Wirken, was das auch im Nullzinsumfeld bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Anlagestrategie hat, weil vieles, was oft abstrakt klingt, mit Opportunitätskosten oder Renditen, die man nicht verdient hat, das ist doch umgerechnet in Euro auch etwas, was Optionen für die Lebensplanung darstellt. Und dann muss jeder für sich entscheiden, will ich länger arbeiten, will ich meinen Ruhestand verschieben, will ich mehr sparen und dementsprechend auf Konsum verzichten, will ich meine Anlagestrategie verändern, bin ich bereit, größere Schwankungsrisiken zu akzeptieren. Da gibt es kein richtig oder falsch. Jeder von uns hat da seine typischen Restriktionen und seine eigenen Meinungen. Nur man sollte eben diese verschiedenen Dimensionen verknüpfen, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Und das doch Themen, die mit Sicherheit deutlich wichtiger sind als der DAX-Stand des aktuellen Tages. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund, auch bei dieser Hitze. Bis bald. Auf Wiedersehen.